Lorenzo De Luca aus Italien, jetzt der Schlussreiter mit Armitage Boy, in Oldenburg gezogen, dieser hängt so ein Armitage. Schauen wir mal auf das italienische Ergebnis, da war Luca Marziani mit 2 Punkten, Emilio Bicocchi mit 4, Alberto Zorzi 0, das heißt wir könnten die 4 Punkte streichen von Emilio Bicocchi, wenn hier eine Nullrunde rauskommt bei Lorenzo De Luca, dem Bereiter von Stavics Stables. Oh, das sieht gut aus. Geht 0, geht 0, hält sein Ergebnis, Egiptschef Roberto Arialdi, freut sich.